So, hallo, ja, das hier ist eine Liste mit allen Teilnehmern am Gewinnspiel zum zweiten Video aus meiner Reihe Do-It-Yourself Laserplotter. Und ich werde jetzt hier quasi live den Gewinner auswählen. Das sind 23 Teilnehmer und ich werde es einfach per Zufall ein auswählen. Dazu nehme ich die Seite random.org. Da kann man wirklich echte Zufallszahlen generieren und ich werde jetzt mal drei Zahlen generieren. Das hat den Grund, dass, falls sich der Erste nicht meldet, also auf meine Nacht reagiert, dann gewinnt der Zweite und dann der Dritte, wenn der Zweite auch nicht reagiert. So, wir brauchen eine Zufallszahl zwischen 1 und 23 und jetzt kommt der spannende Moment. Gewonnen hat die Nummer 14. Schauen wir mal, wer die Nummer 14 ist. Das ist Yopi2401. Also, das ist Kandidat Nummer 1. Kandidat Nummer 2 ist die Nummer 7. Das ist 3D-Cut. So. Und der letzte Kandidat ist die Nummer 4. Das ist Asf... Ja. Wie auch immer man das ausspricht. Das ist der dritte Kandidat, falls sich die anderen zwei nicht melden. Und ich werde jetzt hier mal den ersten Kandidat anschreiben und mal schauen, ob er reagiert. Wenn nicht, haben die anderen Glück gehabt und auch noch eine Chance zu gewinnen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020